Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen. Montag, der 26. Juni 2016. Geek Talk Daily, die 147. Folge. Heute und die ganze Woche für euch wieder da ist der Martin Pogipsi-Reststeiner. Und wir beginnen mit den folgenden Themen. Also meiner einer, ich. Amazon Echo, If This Then That Update, Tesla, Zendly, Snap Map, Instagram, YouTube Update, Gmail, Windows 10 Quellcode, Windows 10 Hack, Steve Jobs Theater, MacBook Air ist nicht tot, Apple Park und der iOS Dateimanager. Dann wollen wir doch mal die ganzen Themen durchjubeln. Begonnen wird das Ganze, wie gesagt, mit dem Amazon Echo und Sonos. Denn erstmals hat der Amazon Echo das Sonos-Lineup überholt. Und sprich, die verkaufsstärksten kabellosen Speaker, kabellosen Speaker, mein Gott, ist jetzt neu der Amazon Echo. Über eine Million mehr Verkäufe mit einer Zuwachsrate von 77%. Da wurde im letzten Jahr kräftig zugegriffen. Das zweite ist ein Update bei If This Then That. Sogar ein großes Update. Es gibt so eine coole Funktion bei If This Then That, wo man nach einer Funktion eine Reaktion auslösen kann, quasi, dass irgendwas passiert. Und da gibt es die Möglichkeit, von einem Anruf zu generieren. Das Ganze funktioniert meistens nur in den USA, also bis jetzt, oder über teure Services, die man dann bezahlen darf. Neu werden auch Voice-over-IP-Calls eingesetzt. Das bei iOS und bei Android. Heißt, da gibt es deutlich neue Möglichkeiten bei If This Then That zum irgendwelche Reaktionen auslösen. Muss ich mir unbedingt anschauen. Wenn man schon gerade vor bei Musik waren und Boxen und so weiter. Streaming-Dienst, Musik. Der Mr. Tesla, Elon Musk, will eine eigene Art Streaming-Dienst für seine Fahrzeuge machen. Anscheinend ist man da schon mit irgendwelchen Major-Labours in Kontakt. Dabei würde es doch irgendwie Sinn machen, wenn man Bestehendes einbauen würde und nicht nochmals etwas Neues generieren würde. Aber mal schauen, was da schlussendlich rauskommt. Snapchat war mal auf Einkaufstour. Man hat sich ein französisches Unternehmen gekauft, das auf den Namen Zendli hört. Zendli ist eine iOS-Nandroid-App, die euch die Möglichkeit gibt, eure Freunde zu verfolgen. Das ist in Echtzeit über GPS-Erkennung, also mit ganz viel Strom und so weiter. Das Ganze mussten sie oder haben sie deshalb getan, weil Snap-Map. Ich glaube, Drachim hat letzte Woche in der News oder in der Daily schon darüber gesprochen, dass das Update nun kommen wird. Denn ab sofort seht ihr, wo eure Snapchat-Freunde sind. Und damit das eben möglich ist, braucht ihr Snapchat zuerst mal die Bude aufzukaufen. Das Know-how quasi. Instagram möchte das Fototeilen in kleineren Kreisen ermöglichen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Hat nicht Snapchat gerade sowas ausgerollt? Quasi, ich kann sagen, ich will dieses Foto nur mit Hans, Iselda und Kunigunde teilen oder eben dann halt mit der ganzen Instagram-Crew oder den ganzen Follower-Bärse gesagt. Ja, stetige Weiterentwicklung und überall ein bisschen das Gleiche. Überall ein bisschen das Gleiche? Nee, eigentlich nicht. Bei YouTube war Hochkant-Filmen bis vor kurzem oder eigentlich nach wie vor ziemlich verpönt. Doch bei der VidCon, der amerikanischen Video Award, wurde ein grosses Update angekündigt. Unter anderem dazu ein Update für Hochkant-Videos. Mein Gott, die Hölle friert zu. Mal schauen, wie das wird. Ich muss mal mein Fernsehen auf den Kopf stellen. Eine grosse Neuigkeit. Und wenn ihr mich fragt, mehr PR-Gag kommt von Google. Denn die haben verlauten lassen, dass sie in der Zukunft keine Mails mehr scannen möchten. Sprich, eure Mails nicht mehr scannen möchten für Werbung. Damit sie kontextbezogene Werbung in eurer Gmail anzeigen könnt. Und natürlich, ja, möchte man da, oder ich beschuldige jetzt Google mal einfach, dass sie da auf den Zug aufspringen möchten. Denn Apple ist ja da ganz stark in dem Bereich eben Privatsphäre. Microsoft macht da Ähnliches. Und da möchte Google natürlich auch aufspringen. Und ja, Microsoft hat ja noch genügend andere Möglichkeiten, eure Webverläufe, eure Kreditkartenauszüge usw. zu scannen. Müssen sie ja auch, weil sonst könnten sie die ganzen Google-Now-Funktionen für Reisepläne etc. gar nicht mehr anzeigen. Und schliesslich hat man ja jetzt neu, oder neu, neuerdings auch eigene Hardware, die sich bei euch ins Netzwerk klinken. So Netzwerk, WLAN, Repeater usw. Da ist ja Google dann total an der Quelle, was das anbelangt. Was wollen sie da noch mit den langweiligen E-Mails, die ihr da schreibt? Für mich nach wie vor ein No-Go. Aber ja, Gmail, Google kann's. Wir gehen ins Microsoft-Lager rüber. Da wurde ein Riesen-Lag anscheinend ausgenutzt, oder besser gesagt, ein Riesen-Datenschatz geborgen und dann ins Netz gestellt. 32 Terabyte Daten an Quellcode, Treibern, Basis-Hardware etc. Alles rund um Windows 10 und das Herzen rundherum. Ziemlich hässlich, ziemlich unschön, auch wenn man bei Microsoft einen grossen Schritt Richtung Open Source und alles mögliche in die Richtung und offen und so weiter macht. Ich glaube, ganz so offen wollten sie das Ganze dann doch nicht haben. Aber ja, leider passiert. Dann gibt's Neuigkeiten zu Windows 10 S, das nach Microsoft-Aussagen ja sehr, sehr sichere System, weil keine, ja, abgeschottet und so weiter. Man kennt's vom iOS. Und keine Apps installieren, ohne über den App Store gehen, über den offiziellen etc. Da hat sich jetzt ein findiger Herr dran gemacht und konnte es dennoch knacken über Office und die Makros. Wer kennt sie nicht? Hat aber deutlich länger gedauert als bis anhin und auch deutlich aufwendiger, also es ist nichts, was man einfach so mal schnell, schnell macht. Da braucht's schon gezielte und grosse Anlegungen und Übungen, um da reinzukommen. Also somit, das System ist sicherlich deutlich sicherer als vieles, vieles vorher. Dann gehen wir über ins Apple-Lager. Da gibt's Neuigkeiten, nämlich ein Drohnen-Video. Das ist dieses Mal nicht explizit jetzt um den Apple Park geht, sondern um das Steve Jobs Theater. Denn im neuesten Video sieht man auch Aufnahmen von diesem Theater, das, was da in der Mitte drin ist, wo dann die ganzen Präsentationen später auch stattfinden werden. Wer's noch nicht gesehen hat, daily.geektalk.ch. Da findet ihr den ganzen Link dazu, besser gesagt. Und da ist auch gleich noch ein zweiter Link dazu, denn ja, nicht nur Drohnen fliegen rüber, auch die ganzen Satelliten fliegen immer wieder über den Apple Campus. und da hat man einfach die ganzen Bilder seit Anbeginn der Bauzeit genommen, zu einem Video zusammengeschnitten. Das könnt ihr euch anschauen. Weniger spektakulär als das Erste, was ich vorher genannt habe. Und das Letzte ist auch ein Bau, Sprich, in Chicago baut man aktuell an einem neuen Apple Store. Und die haben ja immer so ein ziemlich schönes und cooles Design. Und das Neueste eben, sprich der in Chicago, der hat ein auffälliges Design. Das Ganze schaut nämlich aus, zumindest das Sachschaut so aus, als wäre es ein MacBook Air. Somit, wie ich zum Beginn gesagt habe, das MacBook Air ist noch lange nicht tot, so wie es hier ausschaut. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder für die ganzen Neuigkeiten, die ich für euch habe. Nee, einen kleinen habe ich noch. Genau, der Dateimanager und der iOS 10 in der Beta hat jetzt eine schönere Integration von den ganzen Cloud-Diensten bekommen. Cloud-Diensten wie Dropbox, wie OneDrive, wie Google Drive etc. Das Ganze wird immer interessanter und vor allem wird das Ganze auch systemweit integrierbar sein. Heisst nicht mehr jeder einzelne App-Entwickler muss sich da was selber zusammenbasteln und Anbindung an Dropbox, Anbindung an OneDrive, Anbindung an Box usw. machen. Das Ganze kommt ab iOS 11, also ab Herbst, dann vom System her. Sehr, sehr sympathisch. Ich bin echt gespannt und mach mal das neue Update drauf. Das habe ich letzte Woche nämlich noch nicht installiert. In diesem Sinne, euch einen wunderschönen und guten Start in die neue Woche. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei und ja, wie immer, einen wunderschönen guten Tag und viel Erfolg. Tschüss! Hört mehr Geek Talk!